Ja hallo, ich begrüße euch hier mit diesem malerischen Ausblick hinter mir. Ich befinde mich gerade in Timmeth, habe Bournemouth heute hinter mir gelassen. Gestern war ja noch die Casino Night. Ich habe heute noch Mittag gegessen und bin dann mit dem Bus nach Exeter und dann weiter nach Timmeth gefahren, wo ich jetzt gerade heute Abend angekommen bin. Ich habe mir die Trinity School mal angeguckt. Ich habe mit dem neuen Team ein bisschen gesprochen und so weiter und bin jetzt hier am Strand. Ich bin nämlich ganz schön fertig, es war eine lange Fahrt. In der Trinity School ist jetzt noch Programm, aber ich werde hier wohl noch ein bisschen am Strand langlaufen und mich dann morgen ins Getümmel stürzen und euch leicht davon berichten. Also, macht's gut!